Kate Merlan setzt ihrem Liebsten Jakub Merlan-Jarecki ein Ultimatum. Bei den Ex-Temptation-Island-VIP-Teilnehmern hängt regelmäßig der Haussegen schief. Ein häufiger Streitpunkt sind dabei die wilden Partys des 26-Jährigen auf Mallorca. Vor wenigen Tagen platzt der Beauty dann der Kragen und sie verkündet auf Instagram. Wenn er nicht auf Mallorca verzichten kann, dann muss er auf mich verzichten. Aber ich mache diesen Mallorca-Psychoterror nicht mehr. So wie es zwischen dem Paar aktuell läuft, kann es nämlich nicht weitergehen. Doch wie kommt dieser Appell bei Jakub an? Der Fußballer findet das Verhalten seiner Liebsten alles andere als toll. Er kann verstehen, dass es für die 35-Jährige einen faden Beigeschmack hat, seine Partybilder zu sehen. Dennoch will er sich nicht auf die Einschränkungen einlassen. Aber jetzt ein Ultimatum zu stellen, finde ich schon sehr hart. Ich bin kein Typ dafür, dass man mir ein Ultimatum stellt, erklärt er. Hoffentlich sprechen sich Jakub und Kate bald einfach mal aus.